Hallo und herzlich willkommen an diesem schönen Freitag. Und wir spielen mal wieder Super Mario Maker. Und zwar Run 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 von Sam. Also werden wir auch Run Run Runen und natürlich geht's schief. Sam, ich habe dir vertraut. Das ist ausgenutzt. Das war nicht nett von dir. Sam, das ist immer noch nicht nett von dir. Oh, das könnte eng werden. So, weiter geht's. Erstmal den Yoshi wegschmeißen. Okay, Level gemacht. Ja, was gibt's Neues? Eigentlich nicht viel. Die Let's Plays haben sich bisher nicht verändert. Ich überlege schon, was das nächste Projekt wird, was wir spielen könnten. Wobei ich gerade sehr viel Spaß an Super Mario Maker und Deponia habe. Ich glaube, wenn's soweit ist, werde ich vielleicht mal... Ja, ich glaube, ich werde... Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Rainbow Six Siege würde ich, glaube ich, ersetzen. Weil... Ich weiß nicht. Mittlerweile macht's irgendwie nicht mehr so wirklich richtig viel Spaß. Ich meine, ich tue ja alles für euch. Und wenn's euch Spaß macht, machen wir das auch noch ein bisschen länger. Aber... Für mich persönlich ist, glaube ich, der Zug mit diesem Spiel schon abgefahren. Kurz vor Ziel, natürlich. Könnte ich jetzt mal sterben? Hallo? Danke schön. Ja, irgendwie... Ist mir das Spiel auf Dauer ein bisschen zu langweilig geworden. Ah, vielleicht ändert sich das ja auch bald. Ich weiß es noch nicht. Dann spiele ich natürlich weiter, aber im Moment habe ich gerade die Schnauze voll von dem Game. Ja, also viel dazu. Weiß gar nicht, was haben wir denn sonst noch. Äh... Trackmania wird auf jeden Fall noch eine Weile laufen. Das haben wir ja erst gestartet. Ist auch noch relativ neu. Von dem her... Ich denke mal, wenn wir die Custom-Maps durchhaben, werden wir anfangen. Was heißt Custom-Maps? Die normalen... Äh... Ich bin gerade überfordert. Ich muss zocken und reden. Die normalen Solo-Player-Maps. Wenn wir die durchhaben, werden wir Custom-Maps spielen und necken. Ich sollte aufhören, über irgendwas reden zu wollen. Und mich einfach auf das Spiel konzentrieren. Worte finden und gleichzeitig spielen ist, glaube ich, nicht meins. Okay, der kommt hier schon mal nicht runter. Hm. Ich glaube, das war nicht so gut. Ich bin mir nicht sicher, ob wir noch richtig sind. Ich würde hier gerne raus. Hallo? Hallo? So, der kommt immer weiter runter. Na, natürlich. Natürlich. Das muss ja sein. So, jetzt ist es vorbei, oder? Können wir hier jetzt noch irgendwo an den Po? Ich habe eine Idee. Die vermutlich nicht funktioniert. Das müsste funktionieren, oder? Ich hoffe einfach, dass ich da jetzt schlau genug war. So, wir müssen auf jeden Fall hier freiräumen. Okay. Genau. Ja, danke. So, wir müssen uns auf den Punkt machen. So, wir können uns auf den Punkt machen. Ich bin ein bisschen lieber, mit dem Punkt machen. Dann, ich habe mich in der Punkt machen. Dann, ich bin der Punkt. Dann, wir müssen mal aber vohin. Dann, okay, das kann hier ein bisschen, was Pronohin. So, da kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr raus, oder? Alter, komm jetzt. Lass mich da raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Ah, jetzt vielleicht. Tja, war ein netter Einfall. Aber, mir fehlt leider ein Switch. Und hier gibt es keinen mehr. Also umsonst angestrengt. Ich wollte jetzt eigentlich neu starten, aber okay. Ich will das nochmal probieren. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber... Ich will rausfinden, wie das funktioniert. Das hätte ich vermutlich gebraucht. Ich muss mir jetzt irgendwas einfallen lassen, wie ich an den Switch komme. Und so. Das müsste jetzt eigentlich reichen, oder? Oh mein Gott, bin ich doof. Es hätte gereicht wahrscheinlich. Ich kann es noch schaffen. Ich kann es immer noch schaffen. So. Easy. Okay, da musste ich ein bisschen grübeln, aber ich habe es trotzdem geschafft. Pokémon Starter Quest, P109 von Shadow. Schauen wir da doch mal rein. Demnächst soll ja auch ein neues Pokémon kommen. Ich glaube, Pokémon Go. Also, das heißt, ich glaube, ich weiß es. Dass es Pokémon Go heißen wird und kommen wird. Allerdings steht, glaube ich, noch nicht fest, wann. Es soll, glaube ich, Anfang des Jahres kommen. Oder Mitte des Jahres? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Kann sein, dass sie es auch schon wieder verschoben haben. So, das machen sie ja öfters. Gehen wir jetzt einfach da rein. Muss ich jetzt eigentlich das gleiche Spiel nochmal mit den Run machen? Da bin ich mal sehr gespannt. Also, das werde ich mir auf jeden Fall holen. Mal gucken, wie das dann wird. Oh, schon fertig. Das soll ja auch Free-to-Play sein, glaube ich. Für die Handys. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass Pokémon da irgendwas rausbringt, was free sein soll. Also, ich glaube, damit kann man bestimmt noch irgendwie gelb machen. Wahrscheinlich muss man sich Poké-Bälle oder so irgendwas kaufen. Gehe ich schwer davon aus. Too hard, don't try von David. Es gibt keinen too hard. Es gibt höchstens einen. Ich kriege es nicht hin. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Absolut nicht. Aber ich habe es geschafft. Irgendwie habe ich es geschafft. Kann man auch machen. Ich überlege gerade, was sonst noch so rauskommt. Ich bin mir gar nicht sicher. Es soll auf jeden Fall noch ein zweiter Teil von... Ach Gott, wie heißt es jetzt? Ähm... Ich habe jetzt die ganze Zeit Wolf-Amongers im Kopf, aber das ist es nicht. The last of us. Jetzt habe ich es. Es soll auf jeden Fall davon noch ein Teil kommen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Hallo. Ich wollte schon sagen, jetzt sterbe ich beim Mitnehmen. Ja, natürlich. Alter, wo geht denn das noch hin? Ich meine aber, dass ich die Fahne gesehen habe. Nein, 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 nein. Ich komme da raus. Ja, jetzt bin ich natürlich auch noch klein. Ich versuch's gar nicht erst. So, diesmal weiß ich es ja besser. Ich weiß bloß noch nicht... Jetzt müssen wir die erstmal hier weglucken. Ja, auf den Teil freue ich mich auf jeden Fall. The last of us war ein richtig geiles Game. Ich glaube, da bin ich auch Stunden davor gesessen. Ja, können wir gleich schon wieder abhaken hier. So, ich würde jetzt gerne mal hier raus. Hallo, hallo. Ganz ehrlich, wenn Leute sowas machen, dann kriege ich einen Anfall. Das hat doch nichts mehr mit können zu tun. Das ist einfach nur noch mit, wenn du hier rauskommst. So, den brauche ich mal ganz kurz. Das lief ein bisschen dumm. So, jetzt aber. Mensch, ehrlich, brauche ich das? Das habe ich doch nicht nötig jetzt. So, nämlich. Was für Spiele habt ihr denn, wo ihr gerne spielt? Oh doch, The Legend of Zelda spiele ich noch gerne. Das habe ich ganz vergessen. Da habe ich mir auch, glaube ich... Habe ich es schon erzählt, dass ich mir das neue Spiel gekauft habe? Oder ist es ein Remake? Ich weiß es gar nicht. Das müsste demnächst auch mal hier eintrudeln. Da freue ich mich schon drauf. So, eins können wir noch. Dann sind wir nämlich zeittechnisch wieder drüber. Sieht schon wieder aus wie so ein Automatik-Level. Das war easy. Kann ich nicht meckern? Das war ziemlich gut. So, und mit dem beendeten Level sind wir leider auch am Ende der Folge und am Ende der Woche angelangt. Das heißt, wenn ihr mehr wollt, müsst ihr nächste Woche wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Haut rein! Bis dahin! Bis dahin! Vielen Dank.